Hey Leute, willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4, it's about time. Beim letzten Mal ist etwas sehr besonderes passiert hier bei den Zeitherausforderungen, hier bei Kletterpartie, denn da habe ich mein erstes Entwickler-Relikt erhalten von Poise4Bob, yay! Mit einer Zeit von 1,34,49, weil ich hatte das Platin-Relikt schon und war nur 3 Sekunden weg von der Entwicklerzeit. Und es war aber noch einiges zu verbessern, deswegen habe ich es dann nochmal probiert und dann eben auch geschafft. Sehr schön. Ich bin gespannt, wie schnell es jetzt heute in diesem Level hier aus dem Gleichgewicht laufen wird. Hier könnt ihr auf jeden Fall hinspringen zum finalen Versuch und vielleicht kriege ich ja hier auch gleich wieder das Entwickler-Relikt. Naja, eher unwahrscheinlich. Einmal habe ich es jetzt zumindest gezeigt, das reicht mir auf jeden Fall. Ich will es ja erstmal nicht überall haben, Platin reicht mir für den aktuellen Zeitpunkt und ich hoffe, dass ich das relativ schnell schaffen werde. Okay, dann fangen wir gleich mal an. Erstmal mit Saphir, sollte machbar sein. War das eine Zeitkast? Ja, eine Dreier sogar. Okay, die muss ich haben. Ich sollte... Ja komm, ich starte neu. Weil es ist ja wirklich gut, wenn ich relativ früh gleich Gold habe, sodass ich weiß, was ich für eine Zeit brauche für Platin. Deswegen, ja, wenn ich vor allem da so lange brauche, sollte ich schon neu starten. So genau, hier ist das erste Level, wo diese Void-Grinds eingeführt wurden. Das ist eine Zeitkiste, das habe ich erwartet, ja. Das ist sogar eh ganz gut von der Zeit her. Und hier so rumzugehen ist noch besser, ja. Ähm, sag mal, hier ist eine fiese Kiste, da in der Ecke. Aber es ist keine Zeitkiste, okay. Das ist gut, wenn ich das schaffe, ja. Oh Gott, das stimmt, das sind die Schnellen. Ist da eine? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Das kann man, glaube ich, auch schneller machen, wenn ich da ein bisschen tricky Sprünge mache. Weil die gehen zwar schon sehr schnell rein und wieder raus, diese Kisten da. Oder diese Plattform, meine ich. Aber nicht so ultra schnell, sag ich mal. Und da kann man, glaube ich, sich noch ein bisschen was an Zeit sparen, wo man das noch besser macht. Hm. Aber okay. Genau, ist ja das Level mit diesem Extra-Wieg. Aber den werde ich natürlich nicht machen müssen. Habe ich auch nicht vor. Weil der ja nur Zeit kostet. Das war ja für den Versteck... Na, für den Versteck ein Edelstein. Das ist eine Dreierkiste übrigens. Das war jetzt nicht so gut. Aber ist okay. Oh Gott. Hier rüber. Genau, hier dann gleich rechts runter. Irgendwo. Hier rechts runter war das genau, aber ist mir egal. Da oben, das sind keine. Nee, okay, passt. Nee. Oh Gott. Ah, ich verdiene ihn hier. Scheiße. Ja, da muss man leider sehr lange warten. Hier könnte man einen Super-Aku-Aku haben. Was? War da eine TNT-Kiste? Warum habe ich jetzt Schaden genommen? Da war doch... Mann, da war doch ein Aku-Aku gerade. Das habe ich nicht gesehen. Dass da eine böse Kiste war, anscheinend. Mann. Oh nein, das habe ich auch nicht gesehen. Oh, warum sind denn hier überall Nitro-Kisten? Im normalen Level sind da normale Kisten. Scheiße. Na gut. Vielleicht kam ich schon mal relativ weit. Boah, das ist ziemlich wichtig, da den Super-Aku-Aku zu haben. Weil da sind sehr viele blöde Gefahren. Denen man sehr leicht ausweichen kann. Also, nicht ausweichen. Aber die halt keine Gefahren mehr sind. Wenn man da einen Super-Aku-Aku hat. Also, den sollte ich da schon haben. Das wäre ziemlich gut. Aber das heißt halt, dass ich davor überhaupt nicht Schaden nehmen darf. Zack. Sehr gut. Okay. Nice. Ja, so zum Beispiel irgendwie, ne? Das kann, glaube ich, schon gehen. Dass ich da so ein bisschen abkürze irgendwie, wie ich das jetzt so ungefähr vorgemacht habe. Komm. Bugederbar. So, fahren, weg. Oh Gott. Feuer, geh weg. Okay. Ha. Es gibt halt schon auch... Scheiße. Auch bevor der dritte Akku-Aku dann kommt, wirklich viele Stellen, an denen ich gerne Schaden nehmen wollen. Was? Wie habe ich denn der erwischt? Mann. An denen ich schon gerne Schaden nehmen will. Weil halt das Feuer vor allem total im Wege ist oftmals. Und ich da halt schnell durch will. Komm ich da drüber? Okay, nichts. Lieber es. Mann. Ja, dann halt kein Super-Aku-Aku wieder für mich. So, wie gesagt, da oben sind keine Zeitkisten. Da sind ja... Ach. Das sind ja auch welche. Das ist so ungewohnt, dass Akano so ein bisschen den Cooldown hat. Scheiße. Da kann man aber schnell genug durchkommen. Tatsächlich, da links von Akku-Aku ist eine TNT-Kiste. Wer hat sich denn das ausgedacht? Mann. Okay, aber das war gut. So, jetzt gleich aufpassen auf die Nitro-Kisten. Einfach schnell weitergehen. Hier ist ja keine Zeitkiste. Gut. Erst spät abspringen. Oh Gott, der Abschnitt kommt hier auch noch. Ach du Scheiße. Das ist das... Ja, um Gottes Willen. Das Level wird lustig. Da muss halt auch das Plattform-Timing halbwegs passen. Was jetzt gerade nicht so wirklich der Fall war. Okay, passt. Das war auch fair. Da ist Crash einfach runtergefallen. Obwohl ich auf der Schiene noch war. Kann mir das einer von euch erklären? Warum passieren in letzter Zeit eigentlich so viele unfaire Dinge? Oder habe ich erst zu spät gewirbelt und deswegen ist er runtergefallen? Das kann auch sein, dann ist es vielleicht doch nicht so unfair, wie ich es hier erscheinen lassen will. Das kann sogar wirklich sein. Weil ich glaube, wenn da Kisten bei so einer Grind-Schiene sind und man wirbelt nicht, dann kann man die auch nicht zerstören. Was komisch ist, weil beim Grinden kann man Kisten zerstören, wenn man einfach in sie reinfährt. Aber ja, egal. Das geht da vielleicht nicht. Scheiße. Und dann stürzt Crash eventuell ab. Ja, okay. Na gut. Ich lasse es mal nochmal durchgehen, liebe Spiel. So. Es geht. Okay, gut. So. Timing ist okay. Leider wird es halt wieder kein Super-Aku-Aku. Aber ist nochmal so. Ich muss ja erstmal überhaupt mal das Level einmal zumindest schaffen. Bevor ich dann überhaupt mal sehen kann, was die Platin-Zeit ist. Da habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich das schnell machen will. Und aber auch so, dass ich meinen Akku-Aku da behalten kann. Weil das geht nämlich, glaube ich, schon irgendwie. Ich weiß noch nicht genau wie. Das muss mir noch ein bisschen genauer angucken. Das geht nämlich genauer perfekt. Und da muss ich nämlich hier auch nicht warten. Das ist viel, viel besser. Also es kotzt mich an hier mit dem TNT. Ja, egal. Das passt. Kommt überhaupt jetzt hier nochmal einer? Weiß ich gar nicht sicher. Egal. Ich bin ja sowieso gerade wegen blöden Runterfallen gestorben. Was jetzt bitte nicht nochmal passieren soll. Ja. Aber die fährt da gerade weg, die Plattform. Was ist denn das für ein Scheiß? Ernsthaft? Ah, da verliere ich halt so viel Zeit. Das sind halt, das sind acht Sekunden oder so, die ich da verliere. Schätze ich mal. Also, das muss ich irgendwie noch schneller hinbekommen, sodass ich da wirklich direkt auf die Plattform raufkomme. Das wäre ziemlich wichtig. Aber es wäre auch wichtig, überhaupt erstmal einen Run zu Ende zu kriegen. So, okay. Arm. So, früh wirbeln. Okay. Ja, das kann sogar wirklich sein, dass ich da gerade so gestorben bin. Okay. Ja, und man kann hier noch einen super Aqua erhalten. Okay. Aber das ist eigentlich egal, weil hier ist jetzt eh schon das Level gleich vorbei. Und da könnte ich auch einfach wieder Damage boosten. Also einfach Schaden in Kauf nehmen. Weil es kommen hier nicht mehr so viele Gefahren. Ja, okay. Gut. Gold war das ziemlich sicher. Ich glaube nicht Platin. Ja. Elf Sekunden. Das ist doch noch einiges. Aber Gold habe ich schon mal. Ich weiß, was mich bei Platin erwartet. Das geht auch deutlich besser. Ich weiß, wie ich es jetzt gemacht habe. Mal gucken, wie es jetzt noch weiterhin laufen wird. Jetzt kann ich vor allem wieder den Geist zugucken, was der so alles macht. Vielleicht überrascht er mich ja. Und er nimmt doch den geheimen Weg beim Edelstein. Aber das halte ich für etwas unwahrscheinlich, weil da ist keine einzige Kiste auf dem Weg. Und das ist ein mega Umweg. Also, naja, was mache ich eigentlich? Also das ist, glaube ich, eher nichts. Am Anfang bin ich erstmal hart hinten. Na, shit. Ja, das macht er ja übelst schnell. Krass. Okay. Ich bin da übelst hinten. Hältig die Käftige. Okay. Ich meine, elf Sekunden ist schon auch noch ein bisschen was. Das macht aber auch nichts schneller. Hier ist noch Potenzial. Weil das geht besser. Ich weiß noch nicht genau wie. Aber es geht irgendwie besser. Bin ich sicher. Geh weg. Oh Gott. Das war sehr knapp. Okay. Ja, ist aber jetzt mal so viel. Sehr schön. So will ich es machen, genau. Okay. Aber wo ist er denn? Da ist er. Der machte... Ist der dumm? Ich verstehe... Warum macht er da einen Bauchplatscher? Ist der komplett dumm eigentlich? Ich verstehe das nicht. Die sind so gut ansonsten immer. Die Platingeister. Den Anfang hat er übelst schnell gemacht. Viel, viel schneller als ich. Und dann macht er einfach dabei in einer einzelnen Kiste, die irgendwo steht, einen Bauchplatscher. Ist der dumm eigentlich? Ich raff das nicht. Also ich meine, es freut mich ja. Weil das heißt, dass ich dann eine bessere Chance habe. Aber der könnte so viel besser sein. Vielleicht war das ein Fassien. Vielleicht wollte er einen Kick machen. Das passiert mir ja auch manchmal. Und er hat... Er dachte halt, er wäre am Boden, war aber in der Luft in Wahrheit. Und... Weiß. Und es ist dann eben ein... Es ist dann eben ein Bauchplatscher rausgekommen. Sorry. Das war gerade... Es ist sehr schwierig hier zu reden, irgendwas zu erklären. Und diesen Abschnitt hier zu spielen. Aber wie kann... Aber trotzdem. WTF, Mann. Wie kann das denn passieren? Der ist ansonsten so gut und macht einfach einen Bauchplatscher. So. Keinen Scheiß machen. Dann ist es das. Egal. Ich habe sogar nochmal einen. Zack. Easy. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Der hätte so gut sein können. Der Run von dem Platin-Geist. Ich meine, der soll ja auch nicht zu gut sein. Weil es gibt ja nochmal was besseres. Mit Toys for Bob. Ich weiß schon. Aber das ist halt trotzdem so komisch. Weil den Anfang hat der so gut gespielt. Da kam ich überhaupt nicht hinterher. Und dann macht er einfach da einen so Bauchplatscher. Ich komme nicht darauf klar. Tut mir leid, dass ich mich darüber so aufrege. Aber das finde ich echt krass. Einfach nur, wie gut der am Anfang war. Und dann macht der einen Fehler. Und dann ist es so scheiße. Es wundert mich halt deswegen so. Weil die Zeit an sich von 1,27 oder so. Was das jetzt war. Finde ich ist okay für Platin. Das soll ja nicht zu krass sein. Weil es gibt ja eben noch die Entwicklerzeiten. Die Zeit an sich ist okay. Aber der Geist ist halt so komisch. Weil es wäre halt irgendwie sinnvoller gewesen. Wenn man den Geist so gemacht hätte. Dass er am Anfang halt jetzt nicht abgeht wie ein Schnitzel. Sondern normal schnell ist. Sag ich mal. Und er aber halt nicht einen so Ultrafehler reinhaut. Der einfach 3 Sekunden kostet oder so. Das wäre halt irgendwie konstanter. Sag ich mal. Wenn das der Geist so gemacht hätte. Dass er gleichbleibend schnell ist. Und nicht am Anfang ultra schnell. Und dann einen so Megafehler reinhaut. Aber gut. Genug aufgeregt. Ich hab's ja geschafft. Passt alles. Alles gut. So. Dann würde ich aber sagen. War es das hier. Für diese Welt. Das lief sehr gut. Also hier. Die Friedfälle liefen so gut wie vielleicht. Keine andere Welt. So vor. Vor allem weil ich auch ein Entwicklerrelikt sogar bekommen habe. Und auch die anderen. Hab ich alle relativ schnell geschafft. Also. Hier lief's echt gut. Das ist ja nur der Boss. Deswegen. Da gibt's kein Zeitrelikt. Beim nächsten Mal. Wird's auf jeden Fall dann schon in der nächsten Welt hier weitergehen. Hier im Mückensumpf. Von vor ein paar Tagen. Bei Entlegene Pfade. Hier sind die Level glaube ich relativ schwer. Mit Zeitrelikt hinzukriegen. Weil die sind alle übelst lang. Die Level hier habe ich das Gefühl. Der Dingodal Zeitstrahl. Der wird auch noch lustig werden. Und gleich das erste Level. Aber Entlegene Pfade. Ist auch ein sehr 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 langes Level. Auch ein voll cooles. Aber ich glaube hier werde ich wieder etwas länger brauchen. In dieser Welt. Um die Platinrelikte zu erhalten. Aber werden wir dann schon sehen. Gut. Also dann Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.